Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge der Lanzhof. So, wie immer noch Main hier, den Antoine. Da habe ich jetzt einen Schwader losgeschickt. Ich müsste schon mal drüben an, aber ich kriege es mir nix nicht. Und der eine Lanz kommt weg, der schneller, den brauche ich dazu. Das mit dem Blühen, das dauert alles nicht zu lange. Das ist ein schöner Trecker, aber es ist nicht schön im Blick dann. Unnütz. Das lohnt nicht. Ich darf hier noch 5.000, 7.000 Euro in den Punkt würden. Das sind die Kartoffel, wo dann mich auch noch. Aber wer weiß, soll ich wahrscheinlich noch etwas davon haben. Im Moment sieht die Breite zwar nicht so toll, aber wer weiß. Und das geht es nicht so schön. Das geht jetzt. Das geht jetzt. Wir freuen uns, auf euch. Wir freuen uns, auf uns wir разбieren. Über die blauen Flüsse. Damit wird zum Beispiel 10.000 Euro in den Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie die Reinfahrt. Willst du mich verarschen oder was? Ah, hier. Oh, hier ist wieder alles zugewachsen, ey. Hier kommt mir noch ein Arsch. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ich glaube wir müssen doch noch eine polizei im hause haben wir doch meine konsole von front der konsole geklaut worden ja ich muss mir gerade erst mal bei michelle eine neue holen die ganze schwinge da war ja dran geschraubt ja aber die konsole haben die schwinge haben sie geklaut gehabt echt waren da weiß ich ja nicht wann ich wollte gerade suchen ich habe alles abgefahren deswegen mit dem trecker durch die gegenseit ich habe sie nicht gefunden überall geguckt und gesucht weil ich zu finden das ja und wird so ja ach du scheiße ja so sicher war der diebstadt sicherung ich weiß ich muss muss irgendwo mit drüber gedeckelt sein aber heißt also wir müssen jetzt ganz viele augen aufhalten ich glaube wir auch noch sachen bekommen habe ich habe einen entscheidenden vorteil ist die nachfrage nicht gerade so groß ist richtig ja aber ich wollte es ja nur mitteilen weil ich gerade schon überall gesucht hatte nicht gefunden neun tausend kriege ich meinen wagen rein also neun tausend pro denis ja pro tourer im prinzip zwei mit zwei ballen mal nur 11 statistik gucken was es hier so an preisegrad ist von wegen ein ballen sind 4000 dann 350 kann ich machen also mal 350 macht 3150 machen wir 3200 und dann ist gut wo wagen ok ich bin nachher die 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 wagen dann so kleine wagen ich denke mal bei dir auf der wiese sind noch zwei mindestens auf die kann ich rauf fahren das platz genug das geht das geht ich fahre auch fest und dann passt das ok also klar dann geht weiter ja also ich überweise jeden einzelnen oder nennen kannst du kannst zum schluss wie du willst ja schreib alle oder den die ganzen menge auf wie viele länder das waren auf deutsch gesagt oder ich rufe dir an wenn ich eine wiese fertig habe dann rufe ich schon mal okay 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 wir haben später doch eine wiese nach der anderen nach welchen wir gucken ob ich mit ihm überhaupt auf den haufen drauf kommen muss ich den anderen 40 weiter geht stückchen besser das geht und hübsch Die Schwinge geklaut vom Front war da unfassbar ehrlich. Wie geht denn jetzt ab hier? Oh, um Himmels Willen. Was kommt davon, wenn die Bauern so gut bezuschusst werden, dann kommen sie auf neue Ideen. Das ist zu früh gestoppt. Die muss rein. Guck mich jetzt die Dube an. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Moin! Moin! Wo hast du denn die großen Felder für so einen großen Traktor? Das ist ein Panzer, ne, den durften wir mal spazieren fahren. Alter, Felder. Das ist ein Panzer, aber die haben vergessen, die Geschütze anzubauen. Den kannst du mal im alten bringen, der steht auf sowas. Auf sowas hier? Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, also, keine Ahnung, wo braucht man sowas? Naja, große Fäsche, ne? Aber Case meinte, wir sollten den mal ein bisschen spazieren fahren. Aber für hier ist der ja viel zu groß. Ja. Passt dir überhaupt noch jemand entgegen, wenn du auf der Straße bist? Ne, ne? Ja, könnte klappen. Fahrrad passt noch. Ja, ein Fahrrad. Aber ganz ehrlich, musst du ihn mal reinsetzen. Bequem ist der, du. Na klar. Ja, das sind die neuen Fahrzeuge, die kennen das alle, ne? Ich meine nur, ganz ehrlich, diese Stufen da hoch, oder wenn du oben bist, bist du kaputt. Ja, genau. Ja, ist schon schick, aber für mich wird nichts. Wenn hier irgendwas an die Knöpfchen hier geht, dann bist du schon aufgeschmissen. Ne, ne. Um Gottes Willen. Ne, ne. Dann nur noch knick. Wollen die Knappen? Na ja, irgendwann, wenn deine Elektronik nicht mehr geht, dann hast du die Arschkante, ne? Ja, ja. Ne, ne. Das ist nichts für mich. Ne, also den werden die hier auch nicht los. Das ist viel zu groß hierfür. Ja gut, im Süden in Frankreich auf jeden Fall, aber hier nicht. Das wird hier nichts. Das wird nichts. Kann ich dein Land hier mit Plattformen? Das könnte passen, ja. Ne, ne. Aber was du im Sprit brauchst beim Starten, damit fahre ich den ganzen Tag. Das kann wohl sein, ja. Ja. Ne, ne. Wo sind denn die Kanonen, Mann? Ja, die haben sie noch vergessen. Ich meine, der hat Ketten, also ist es ein Panzer. Ja, den haben die Amis noch vergessen. Die müssen noch besorgen. Ne, ne, um Gottes Willen. Das war für meinen alten Legeranz damit begeistern. Ich sag dir, du, da wo der lang fährt, wächst kein Gras mehr. Nicht mehr viel, ne. Vor allem, wenn du mal scharf einschlägst und das alles umgepflügt. Das kann sein. Um Gottes Willen. Ne, ne. Ne, ja. Wenn du willst, kannst du mal Probe fahren und sonst fahre ich den wieder retour. Fahr mal zum, genau, fahr mal zum BGA. Da fährst du mal über das Silo da. Das macht wenigstens was nützlich. Das habe ich mal gehört, das soll gut sein. Warte, ich komme da hin. Bis gleich. Auge, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Däumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dahin, bis dahin. Haut rein. Tschüss.